Kommt es zum Wechsel von Hugo Larsson zum BVB? Laut schwedischen Medienberichten hat Borussia Dortmund beste Chancen auf einen Transfer des 18-jährigen Young Player of the Year von Malmö. Als Ablöse werden umgerechnet ca. 13 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Bestätigen will Sportchef Daniel Andersson den Deal zwar noch nicht, allerdings dementiert er auch nicht, dass es im Sommer zu einem Abschied kommen wird. Und ja, der BVB wäre dann natürlich eine naheliegende Option für Larsson, der nicht nur als absolutes Top-Talent gilt, sondern auch im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommt, wo der BVB im Sommer zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit großen Bedarf haben wird. Vor allem dann, wenn Jude Bellingham den Verein verlässt. Was Larsson für den BVB besonders interessant macht, ist neben der Tatsache, dass er bereits für die A-Nationalmannschaft für Schweden spielt, nämlich dass er ein ähnliches Spielerprofil wie Bellingham mitbringt. Larsson ist ein Box-to-Box-Spieler, dem man richtig anmerkt, dass er das Spiel an sich reißen möchte. Außerdem verfügt er über eine sehr gute Physis, sehr starke Ballkontrolle, solide Grundschnelligkeit, eine ausgeprägte Passstärke. Er kann auch richtig gut lange Bälle spielen und zeigt auch Stärken in der Defensive. Alles in allem ein Spieler, der für den BVB in jedem Fall interessant ist. Und wo man sich wirklich gut vorstellen kann, dass dieser Transfer genau so zustande kommen könnte. 13 Millionen Euro klingen im ersten Moment vielleicht viel für einen 18-Jährigen, der sich bisher nur in Schweden zeigen konnte. Aber wenn man beim BVB von ihm überzeugt ist, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass er in zwei, drei Jahren eben bei Borussia Dortmund seinen Marktwert ohnehin verzehnfacht. Ob er jetzt der Bellingham-Nachfolger ist, sei mal dahingestellt. Ein interessanter Spieler mit Potenzial ist er aber allemal. So, und jetzt wollen wir aber auch nochmal über Rafael Guerreiro sprechen. Vor einigen Monaten hieß es, dass sein Abschied bereits beschlossene Sache sein soll. Dann war es aber so, dass er in der Rückrunde richtig abgeliefert hat mit verdammt starken Leistungen, so dass dann doch eine Vertragsverlängerung ins Spiel gebracht wurde. Und wenn man den Medien glauben darf, dann liegt sogar ein unterschriftsreifer, leistungsbezogener Vertrag vor. Allerdings gibt es jetzt Berichte darüber, dass Guerreiro dieses Angebot nicht annehmen möchte. Zumindest behauptet Patrick Berger von Sport1 aus Mannschaftskreisen erfahren zu haben, dass die meisten Spieler damit rechnen, dass er nicht verlängern wird. Zusätzlich heißt es, dass angeblich auch schon Möbelpacker vor seinem Haus gesichtet wurden. Ob das Ganze jetzt auch so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Fakt ist zumindest, dass er das Angebot des BVB bisher noch nicht angenommen hat. Und vorstellbar ist definitiv auch, dass ihm ein leistungsbezogener Vertrag vielleicht nicht so richtig schmeckt. Dennoch ist natürlich klar, dass Edin Terzic auf ihn setzt und ihn auch gerne weiterhin im Kader hätte. Immerhin gehört er zu den besten Technikern des BVB. Und an einem guten Tag ist er darüber hinaus auch in der Lage, ein Spiel alleine zu entscheiden. Und selbst wenn dann am Ende ein Benze Baini noch für die Linksverteidigerposition kommt, so wäre es wohl ohnehin so gewesen, dass Terzic mit dem Gedanken spielt, Guerreiro in der kommenden Saison häufiger im Mittelfeld einzusetzen. Aber naja, es bleibt erstmal abzuwarten, ob Guerreiro den Verein wirklich verlassen möchte. Sollten sich die Informationen von Patrick Berger allerdings bewahrheiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Abschied allerdings gar nicht mal so gering. Aber gut, an der Stelle jetzt der Hinweis auf ein Skill- und Highlight-Video zu Hugo Larson in der Videobeschreibung, damit ihr euch auch von ihm nochmal ein Bild machen könnt. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin, macht's wie immer besser und bleibt am Ball!